Das war's doch schon, das war der 70ste Formel 1, es fehlt aber noch der erste Platz in Deutschland. Und ich bin froh, dass es endlich Nummer 1 ist, weil für mich ist es so eine Art Erlösung, weil das Ding geht mir einfach seit Wochen im Ohr rum und ich krieg's einfach nicht raus. Erster Platz in Deutschland, Murray had One Night in Bangkok und hier ist er. Murray, hallo. Congratulations for becoming number one in German's top ten and may I present to you one of our spare wheels with a Stoßdämpfer hinten dran. And it's yours. Stoßdämpfer, Stoßdämpfer. Okay, One Night in Bangkok is a song from the Chess Musical. So could you say anything about your career and what made you choose the subject of Chess? I didn't choose the subject of Chess. They chose me. They chose you. And, um, same as anybody else's career, really. Yeah, okay. Very ordinary. Ordinary. Will we ever get a chance to see Chess in Germany? Oh, I doubt it. You doubt it? Yeah, well, I mean... Why? Is it so bad? Uh, no, it's... You don't have musicals here, do you? Yeah, we have Anna Tevka, for example. Anna Tevka? Anna Tevka, yeah, yeah. Well, is it what sort of musical, music people... Some of, yeah. And people dancing and talking as well. So we can't... We don't have a chance to see it in Germany. Well, yeah, they might do one day, but I mean, it's a long way ahead. Okay, I hope so. Thank you for coming and good luck. Und das war's... I don't dress like this normally, all right? Oh, my God, sir, the airport, I can't... I mean, sorry. Ach so, er hat seine Klamotten auf dem Flugplatz vergesst. I've learned something in German. He learned something. Er hat was gelernt. Nachdem ich jetzt die Nummer 1 habe, ist das ein guter Grund, Deutsch zu lernen. Okay, danke. What do? Klasse, und hier ist Morihan mit One Night in Bangkok. Klasse, und hier ist das ein guter Grund. Klasse, und hier ist das ein guter Grund. Klasse, und hier ist das ein guter Grund.